Seid gegrüßt, meine verehrten Damen und Herren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und vielen Dank für den Support hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seid solche Ehrenmenschen. Real Talk ohne Witz, dass ihr hier auf diesem Reaction-Kanal einfach am Start seid und die Videos anschaut. Leute, ich muss mich irgendwann persönlich bei euch bedanken und euch einen fetten Nackenschmatzer geben, weil das ist echt ein sehr wilder Support. Wie wahrscheinlich einige wissen, ich hatte, by the way, vor gar nicht allzu langer Zeit ein Video zu TJ gemacht. TJ Exposed und so. TJ meinte in diesem Video hier, ja, was wir hier gerade eben sehen, meinte er dann zum Schluss, ja, er wird vielleicht nochmal ein Video dazu machen, aber auf seinem zweiten Kanal wird er irgendwie drauf eingehen. Vielleicht auch auf seinem Hauptkanal, keine Ahnung. Es geht um diese Flakes-Thematik und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also er hat viele Punkte bei mir nicht verstanden. Wir haben auch nochmal privat miteinander geschrieben, da war alles cool. Also mit TJ gibt es gar kein Problem. Ja, also es gibt halt nur leichte Differenzen auf YouTube, aber es gibt kein Problem auch so im Real Life und es ist alles entspannt. Und das ein oder andere Video fand ich in letzter Zeit nicht so nice von ihm, aber das Video hier, ja, ich habe da schon mal ein bisschen reingeluschert. Ich habe aber noch nie darauf reagiert. Also ich habe weder in Streams darauf reagiert noch sonst irgendwo. Wir werden das uns mal reinziehen und mal schauen, ob er noch irgendwas dazu zu sagen hat. Ich habe ja auf dem Kanal noch nicht wirklich was von KuchenTV oder so hochgeladen. Und ja, hier geht es um die Thematik mit KuchenTV-Statement war Fake und sowas. Und er bringt halt sehr viele Informationen rüber. Das muss man echt bei TJ hier zugute halten. Ich fand das Video auch an sich ganz gut. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Let's go. Die Welt ist absurd. Puh. Die KuchenTV-Thematik geht in die nächste Runde. Und Freunde, im Vorfeld, selbst die Verwirrung ist verwirrt von dem, was jetzt kommt. Aber erstmal ganz kurz grob zusammengefasst, was überhaupt passiert ist. KuchenTV hat ein Video gemacht, dass die Vorwürfe, die seine Freundin damals in einem Livestream ihm gegenüber gemacht haben, stimmen. Also er hat ein Video hochgeladen, in dem er heult sagt, ja, das, was Gina damals gesagt hat, stimmt. Ich habe sie wirklich verprügelt. Ich glaube, dass das Video mit meiner YouTube-Karriere komplett zerstört. Darauf hat natürlich jeder sofort reagiert und seine Meinung gegeigt. Also jeder außer ich. Weil das ist halt so ein großes und sensibles Thema. Da wollte ich es mal ein paar Gedanken zu machen. Was ich ja auch als Kommentar unter der letzten Wochenshow halt geschrieben habe. Ja, ich habe das am Anfang nicht ganz gecheckt, warum halt kein... Also es hat zu der Zeit hat er wirklich... Ich hatte ja dann ein Video gemacht zu Tim. Ich weiß, ich hatte halt... Ja, wobei, da war schon eigentlich so weit alles draußen. Aber es hat irgendwie keiner darauf reagiert. So, ich dachte so, okay, es geht jetzt halt so jetzt... Es verläuft im Sande. Ist ja... Für Tim ist es ja gut. Aber gerade bei der Thematik komisch. Aber dann hat noch Rezo darauf reagiert. Re, wie... Werden noch so alles. Parabelritter. Es ist dann schon relativ groß auf jeden Fall geworden. Tim hat sich damit auf jeden Fall keinen Gefallen getan in den drei Videos. Ich hatte ja mit Tim auch nochmal so geschnackt. Ich habe auf Discord oder auf dem Livestream, auf Twitch... Ihr könnt auch gerne meinen Twitch-Kanal abchecken. Dort finden auch immer so Live-Talks statt, auch mit Tim. Da habe ich auch mit ihm geschnackt. Er meinte auch, er bereut die Situation. Er bereut das, was er da getan hat. Dass er dieses erste Video veröffentlicht hat. Dass er das dritte Video veröffentlicht hat. Also, er bereut die ganze Situation. Es hat aber in meinen Augen, und es wird wahrscheinlich hier auch nochmal klar, macht die ganze Aktion von vorne bis hinten keinen Sinn. Weshalb man logisch, wenn man jetzt mal ein bisschen Schlussfolgerungen hat, eigentlich einfach nur logisch, nur denken kann, dass das erste Video halt eigentlich real war. Das Heulen war vielleicht gefakt, aber das erste Video war vom Inhalt her relativ real. Ja, und ja, jetzt das dritte Video, was rauskam, also das Abschlussvideo dazu, klang halt so, als würde er da zurückrudern wollen, weil er eventuell rechtliche Strafen bekommen könnte. Keine Ahnung. Aber ich sage mal so, das macht den äußeren Eindruck. Ich will jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt auch nicht persönlich irgendwie da sagen, ey, es ist so und so, ich will es nicht als Fakt darstellen. Aber es macht von außen den Eindruck, dass er jetzt zurückrudern möchte. Auf jeden Fall gab es dann verständlicherweise natürlich sehr viel Hate gegen KuchenTV. Und laut Kuchen aus verschiedenen Bubbles sogar gegen seine Freundin Gina. Daraufhin gab es von beiden auch ein Video-Statement auf KuchenTVs Kanal und von Gina auch nochmal ein externes Statement auf ihrem Instagram-Account, wo sie vor allem primär sagt, dass man sie in Ruhe lassen soll. Ja, also hier steht ja, ich will nur noch einmal ausdrücklich betonen, dass es danach nie wieder zu Handgreiflichkeiten kam. Und in dem letzten Video, was Tim dazu gemacht hat, wurde ja gesagt, ja, wir sagen nicht, was passiert ist. Aber ich meine, allein mit diesem Statement hat sie ja schon bestätigt, dass da etwas war. Also, und auch generell, dass es nicht abgestritten wird, so das Thema, das irgendwie geschlagen wurde oder was weiß ich. Weißt du, das ist alles, ich weiß nicht, damit wurde sich halt kein Gefallen getan. Da lieber steht man halt jetzt als Täter da, hat jetzt die Aussage, dass man, oder hat zugegeben, dass es so passiert ist und muss dann halt mit einer Strafe fürchten oder rechnen. Also, dass man jetzt rückrudern will, man eigentlich weiß, dass diese Tat begangen wurde und so steht man noch als Lügner da. Also, egal, wie man das halt jetzt dreht, jetzt ist halt gerade eben doppelte Scheiße. Ist einfach so. Also, ich denke, hätte einfach das Belassenste und fertig ist, weil für jeden ist im Prinzip schon unterbewusst klar, dass die Situation so passiert ist. Also, alles andere, das wäre ein krankes Schauspiel, ja. Wenn das Ganze nicht stimmt, dass da eine Schlägerei war oder sowas, wenn das Ganze nicht stimmt, dann sind das die krassesten Schauspieler, die ich je gesehen habe. Also, das würde mich halt wirklich wundern, weil jetzt von außen betrachtet sieht das echt alles so danach aus, als wäre die Situation so passiert, weil sonst würde China nicht so ein Statement schreiben in dieser ganzen Thematik, wo sie ja nicht eingeweiht war. Wenn man nicht eingeweiht wurde und dann macht man so ein Statement, ist das komisch, ja. Aber prinzipiell gab es einfach unfassbar viel Kritik in Richtung von KuchenTV, was ja auch irgendwie verständlich ist. Aber die Kritik war aufgesplittet. Also, einerseits natürlich die Kritik, dass er seine Freunde verprügelt hat, aber andererseits auch noch, dass er nach seiner Tat noch Jokes über häusliche Gewalt gemacht hat und sich manchmal so als Joke-Frauenschläger hingestellt hat. Also, es gibt zum Beispiel einen Kommentar, der ist zwar schon was älter, aber wo er schreibt, dass er der deutsche Chris Brown ist. Dazu gibt es auch ein Instagram-Bild mit der Caption. Das check ich auch nicht so. Also, jetzt stellt euch vor, das ist halt... Es ist relativ harmlos passiert und du hast da eine Backpfeife gegeben. Ist das schon sehr verwerflich? Also, so wie es ja rüberkam, ist ja mehr passiert mit Kopf gegen die Wand und Fuß gegen den Kopf und sowas, was er ja auch in seinem Video da zugegeben hat. Ähm, nee, also Kopf gegen die Wand hat nicht zugegeben, aber halt mit Fuß gegen den Kopf. Ähm, so wenn das halt passiert ist, dann Jokes zu machen, ich möchte mich nicht in die Lage von China hineinversetzen, wenn das wirklich so passiert ist, wie sie das immer aushalten musste, ja. Weil das schockiert mich am meisten, dass er halt Witze darüber macht und auch bis jetzt Witze darüber gemacht hat, über die ganze Thematik, so schwarze Humor hin oder her, ne. Also, ich hab kein Problem, wenn man schwarzen Humor hat, aber in der Lage, als Täter, sag ich mal, das zu machen, ist halt... Also, das finde ich auch, ich finde das sehr, sehr grenzwertig und das hat mich mit am meisten geschockt, so, dass man da halt Witze drüber macht. Also, das, äh, keine Ahnung. Ja, das, das hat mich wirklich ein bisschen, äh, fassungslos gemacht, weil, ich weiß nicht. Also, ich, mir wäre es halt dann peinlich, sowas zu machen. Weißt du, wie ich meine? Diese drei fahren mit dem Fahrstuhl hoch, um dich zu schlagen. Was tust du? Ich würde meine Freundin vorschicken. What the fuck? Oder auch so Aussagen in seinem Live-Suite. Ja, das denke ich nicht. Okay, jetzt geht was. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Muss ich euch ehrlich sagen. Ähm, so sehr ich mit Tim auch kein Problem habe, ja, wir haben uns ausgesprochen vor zwei Monaten und so, es ist alles gut, ja. Ich, ich kann ihn jetzt mehr einschätzen und es ist alles entspannt. Aber ich verstehe nicht darüber, Jokes zu machen. Es ist mir, es, es ging mir aber noch nie in den Kopf über, über das Thema Jokes zu machen. Ich muss ja ganz kurz, ganz kurz das hier minimalisieren. Auslandsknall. Kommt natürlich. What the fuck? Oder auch so Aussagen in seinem Live-Stream. Okay, jetzt geh raus. Auslandsknall. Ja, also, das ist ja noch nicht so lange her, diese, dieser Stream. Und ich muss halt einfach sagen, es, es wirkt halt extrem, also nicht wegen dem er jetzt knallt, sondern der Umgangston. In einem Stream, vor einem öffentlichen Publikum mit, mit seiner Freundin so zu reden. Also, das hat er auch schon selber zugegeben, dass er sich da bessern möchte. Das, das ist halt hart. Das ist halt, das tut halt einfach nur weh, ja. Das tut als, als Zuschauer, tut das einfach nur weh, weil man denkt sich so, Harmonie, Empathie, ist da irgendwas, so. Das, das wirkt dann halt sehr, sehr kühl und, und auch komisch, so, ne. Wenn meine Freundin jetzt hier am Start ist, da sag ich nicht, geh jetzt raus, sonst knallt's. Ich würde mich da einfach schlecht fühlen, ja. Weil, dann lass ich meine Freundin so aussehen, als, als wäre die halt einfach, ja, so eine Randperson, die hier einfach nicht auftauchen soll. Und das ist halt, ich weiß nicht, gerade in Streams, so, ich mein, in Streams, da hast du deine, deine, mit, mit, bei Tim hast du deine 1.000 bis 2.000, 3.000 Zuschauer und kein, kein Publikum von 100.000 Zuschauern, wo jetzt, wenn die Freundin reinkommt, auf einmal 50.000 Leute weg sind oder sowas. Ähm, weiß ich, weiß ich nicht. Ja, muss halt nicht sein. Aber das ist halt, ist halt über die ganzen drei Jahre war das auch immer mal wieder der Fall, dass, äh, dass ja der Umgangston echt komisch war. Ja, aber das ist, ich mein, die müssen damit umgehen können. Das ist mir scheißegal, ja. Ich find's bloß in der Öffentlichkeit so, keine Ahnung, auch in der Öffentlichkeit sieht's halt einfach komisch aus. Sagen wir's einfach mal so. Und natürlich unendlich weird rüber, nachdem man denkt, dass er sie wirklich verprügelt hat. Aber okay, das ist alles Vergangenheit. Was ist jetzt passiert? Vor zwei Tagen kam ein weiteres Video von dem Online mit dem Titel Ich habe extreme Scheiße gebaut. Und in dem Video sagt er inhaltlich, dass das Video, wo er vor der Kamera heult und halt zugibt, dass er seine Freundin wirklich geschlagen hat, fake und inszeniert sei. Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch alle an mein emotionales Video, was ich Freitagnacht hochgeladen habe. Viele Leute hatten es bereits vermutet und ja, es stimmt tatsächlich, das Ganze war gestellt. Und wieso ist so ein Video laut KuchenTV entstanden? Er meinte, um den Leuten, die... Das Ding ist halt echt schwierig, jetzt zu sagen, ist das jetzt gestellt? Also ich denke, der Inhalt, der ist real in diesem Video. Das Heulen sieht so aus, als hätte er nochmal extra pushen wollen. Aber dann hat er gezeigt, wie er eigentlich heulen würde und so. Und wenn er gestellt heult. Und da hat er ja wirklich Tränen in den Augen, aber in diesem Statement-Video, in diesem Heul-Video, hatte er keine Tränen in den Augen. Also irgendwie ist das, das widerspricht sich irgendwie auch alles. Also das ist auch eine komische Situation, Mann. Die ihn nicht mögen, eine Falle zu stellen. Weil daran könnte man dann zeigen, dass die Leute ihn nicht inhaltlich kacke finden, sondern ihn einfach als Menschen kacke finden. Ich wollte tatsächlich der ABK-Bubble und dieser Twitter-Bubble, die mich nicht leiden kann, einfach eine Falle stellen. Und ich dachte mir, als ich das gesehen habe, so einfach nur so, what the fuck? Dadurch ändern wir doch nicht das Weltbild von den Leuten, die ihn eh schon kacke finden. Also... Es macht halt keinen Sinn. Also, wenn du jetzt das bringst, das soll ein Prank sein und so, es kam ja eh zu spät, aber... So erstmal, du brauchst halt einen Beweis, dass du es auflösen kannst. So, das hat er nicht. Gut, mit der Sprachnachricht hätte er das, aber das weiß man auch nicht, ob das jetzt so alles stimmt. Und dazu macht das ja von vorne bis hinten keinen Sinn, weil, wenn du dich jetzt als Täter outest, natürlich gehen die Leute auf den Täter, und die ihn so ohnehin schon nicht so mögen und machen ihn dann fertig, ja, weil, also ich meine, klar macht da jemand fertig, so, stell dir vor, es gibt irgendjemand, irgendeinen Gewalttäter, du siehst das, du kennst den Gewalttäter, weil der in der Öffentlichkeit steht, natürlich sagst du dann nicht, oh, das Opfer, das arme Opfer, sondern natürlich sagst du, der Täter, bist du bescheuert, was bist du für ein Mensch und sowas. Also, klar geht man auf den Täter, so wie wir alle würden auf den Täter gehen. Jetzt ist halt, jetzt ist es halt bei Tim der Fall und ich glaube, das Experiment macht halt keinen Sinn, weil es von vornherein klar war, dass sich jeder natürlich auf Tim stürzen wird, weil er auch die meiste Reichweite hat. Also, ich meine, würde jetzt China die meiste Reichweite haben, dann würden wahrscheinlich mehr Leute so sagen, ja, China und so, tut mir leid, und, dass sie meistens so zum Opfer gehen und auch so Mitgefühl zeigen, aber, er hat halt die große Reichweite, er hat den Content, wo er moralisch immer positive Werte vermittelt soll und, wo die Werte im Vordergrund stehen, natürlich berufen sich dann die meisten Leute auf diese Werte, die da gerade gebrochen wurden, ja. Also, das macht halt so gar keinen Sinn. Also, das hat mich auch, die Aussage, die fand ich richtig komisch. Also, nach so einer Aussage, ich habe meine Freundin geschlagen, findet man ihn doch noch, vor allem kacke. Und, dann hat man auch jeglichen Grund dazu, ihn kacke zu finden. Ja. Logisch, wenn ich in einem Video sage, dass ich meine Freundin geschlagen habe, dass man sich dann aufregt, was glaubt er, wenn er Gewalt gegen Frauen zugibt und sagt, ja, ich habe irgendwie Scheiße gebaut und auch noch sagt, ich habe das jahrelang geleugnet, dass die jetzt alle Juhl rufen? Ja. Auf jeden Fall sagt KuchenTV noch das hier in seinem Video. Auf YouTube hat man gemerkt, dass das Thema Gewalt gegen Frauen eigentlich so gut wie niemanden interessiert, sondern man jetzt nur versucht hat, den Täter, in diesem Fall mich, einfach komplett runterzudrücken. Und nimmt an... Ja, ich meine, es war ja klar, dass man den Täter runterdrückt. Es soll man dem Täter jetzt Props geben oder wie? Oder sich nur auf das Opfer beziehen? Na klar. Also, wenn der Täter sich dafür bekannt gibt, ich meine, das ist ja logisch. Ja. Also, das... Also, jetzt mal... Wir müssen uns jetzt mal in eine andere Situation hineinversetzen, weil es wird immer gesagt, ja, geh doch nicht auf Kuchen und sowas und dies, das Ananas. Aber jetzt stellt euch mal vor, in C-Max oder irgendein random... Ein anderer Typ, ne, der jetzt nicht immer nur so für Kritikvideos bekannt ist, sondern irgendein anderer Typ, der mal negativ aufgefallen ist. Sei es jetzt zum Beispiel ja in C-Max, ne. Der macht so ein Video. Was hätten alle gemacht? Was hätte auch ein Tim gemacht? Der hätte doch nicht gesagt, oh, also, die arme Elisabeth, die arme, arme, arme Elisabeth. Nein, er hätte auch gesagt, C-Max, was wüsst du für ein Vollidiot? Natürlich. Ja, das hätten die meisten gemacht, weil er in der Öffentlichkeit am meisten präsent ist, deswegen ist es doch auch klar, dass man es öffentlich kritisiert. Einige sagen, ja, lass das Thema sein oder sag nichts dazu und so und so. Ich habe es letztes Jahr im Stream gemacht, da wurde auch gesagt, ihr seid doch befreundet und so und da macht man sowas nicht. Das hast du selber früher gesagt und dazu möchte ich nochmal einem was sagen, weil irgendwie keine Ahnung, einige verstehen das nicht. Vor zwei Monaten haben wir darüber gesprochen. Wir wissen jetzt, wie wir miteinander umgehen. Wir können uns öffentlich kritisieren. Ich kritisiere diese Situation sehr scharf. Ich war damals der Meinung, dass man jetzt nicht in der Öffentlichkeit sich beleidigt oder einen runtermacht. Tim war der Meinung, dass es, ja, so ein bisschen Kritik, also man kann seine Freunde oder man kann seine Kollegen schon kritisieren. Er hat dann auch gesagt, wir reden ja nicht von Freundschaft, wir sind Kollegen, fertig ist. Deswegen sehe ich es jetzt auch so, wir sind Kollegen und dementsprechend als Kollegen kann man sich hier gegenseitig kritisieren. Und in diesem Falle möchte ich nicht in Verbindung mit dieser Situation stehen, weil einige denken, ey, du bist befreundet mit Kuchen.dv, du stehst wohl dahinter, hinter dieser Situation. Und dann möchte ich mich ganz klar distanzieren. Nein, ich stehe nicht dahinter. Und ich stehe in keiner Sekunde dahinter. Ich finde das schrecklich, was da passiert ist. Und deswegen kann ich mich nur so dazu äußern. Ich möchte jetzt aber nicht auf meinen YouTube-Kanälen, also auf meinem Hauptkanal zum Beispiel, noch zwei Videos separat zu der Thematik machen, um irgendjemanden fertig zu machen. Das ist nicht meine Intention. Ich habe das kurz angeschnitten, habe gesagt, dass ich nicht dahinter stehe, aber ich bin so, wenn jemand ein Kollege von mir ist, ein Freund von mir ist, dann möchte ich nicht den anderen noch, obwohl er gerade eben, er hat gerade viel Scheiße gebaut, aber obwohl er gerade eben eh schon absolut am Arsch ist, nochmal zehnmal hinterher treten. So, das ist nicht meine Intention. Also, ich mache jetzt hier gerade ein Reaction-Video. Ich sage was dazu. Das wird eh nicht so die Riesenaufrufe bekommen, aber damit ihr nochmal meinen Standpunkt ein bisschen genauer wisst, weil auf meinem Incaf-Kanal kam da jetzt ordentlich viel dazu und so krass die Meinung kam da jetzt noch nicht rüber. Deswegen auch das Video hier. Also, ich muss sagen, ich bin auch schockiert von den ganzen Vorfällen. Ich bin ja gar kein Fan von, was da passiert ist und ich kann das null auch nur ansatzweise unterstützen und supporten. Also, das an der Stelle. Und ich bin euch auch ganz ehrlich, ich denke, würde ich mit Tim nicht cool sein, wäre ich kein Kollege von ihm und so. Und privat waren wir auch immer cool miteinander. Also, wenn ich bei ihm war, war alles entspannt und mega cool. Würde ich nicht cool mit ihm sein, denke ich, hätte ich nach seiner Aktion seinen Kanal deabonniert. Ja, muss ich fairerweise so sagen, weil das hat ihn halt sämtliche Kredibilität genommen, aber ich werde ihn nicht canceln. Ich gucke auch weiter seine Videos. Ich habe ihn auch immer noch abonniert, aber ich sage mal so, wäre ich halt jetzt kein Kollege von ihm, hätte die Aktion, glaube ich, für mich gereicht, dass ich den Kanal deabonniere, weil ich persönlich dieses Thema schon relativ schlimm finde. Ja, weil ich denke, einige von euch hatten bestimmt auch schon mal häusliche Gewalt erfahren. Bei mir jetzt nicht im Elternhaus oder so, aber ich habe es auch schon ein paar Mal mitbekommen. und ja, du bekommst so Flashbacks zurück zu dieser Situation und denkst dir so, Alter, boah, scheiße, also viele Leute sind da retraumatisiert und natürlich ist das Thema dann umso schlimmer. Wenn jemand sich als Täter bekannt gibt, man denkt, wenigstens gibt er es zu, ist keine gute Aktion, aber wenigstens gibt er es zu und dann zieht er zurück und macht daraus einen Prank. So, das ist halt sehr verwerflich und natürlich regt das viele auf, weil einige denken, ja, das kann doch mal passieren. Nee, Alter, das kann nicht passieren, vor allem nicht. Dann auch, wenn man nach drei Jahren das erstens nicht zugegeben hat, die Freundin als Hügnerin bezeichnet hat und dann so ein soziales Experiment machen wollte. Ja, also es geht halt nicht. Eine Reaktion von einem Dude bei dem KuchenTV selber sagt, dass er ihn halt absolut nicht leiden kann. Ja, der hat ja schon öfter gezeigt, dass der mich wirklich überhaupt nicht leiden kann. Und naja, klar findet man in der Thematik Beispiele von Leuten, die KuchenTV aufgrund seiner Taten halt absolut nicht abkönnen. Natürlich findet man solche Beispiele, aber die Sachen, die ich so geguckt habe und so mitbekommen haben, haben sich tatsächlich sehr viel mit dem Thema häusliche Gewalt oder Gewalt gegen Frauen befasst. Wie zum Beispiel hier einmal die Reaktion von Solmecker auf das Video. Und gut ein Drittel aller Frauen erlebt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt. Zuletzt habe ich ja hier auch den Fall Luke Mockridge mal näher beleuchtet. Oder auch hier zum Beispiel die Reaktion von Vic. Das Video jetzt angucken. Super wichtiges Thema, weil es nicht nur KuchenTV und Gina betrifft, sondern es ist ein Thema, was viele Menschen betrifft. Und selbst auf Twitter habe ich inhaltlich gute Diskussionen um die Thematik KuchenTV und häusliche Gewalt gelesen. Und auch mit Freunden habe ich mich persönlich eine Menge über die ganze Thematik unterhalten, gequatscht. Und wir haben uns eigentlich sehr konstruktiv und sehr cool ausgetauscht. Gut, weil es nicht im Internet. Aber dazu muss ich auch sagen, dass ich generell in einer sehr lefty, wholesome, nice and bubble so drin bin. Und ich konsumiere halt auch eher cool Leute statt Schmutz-Content. Und deswegen habe ich natürlich auch eher inhaltlich bessere Reactions oder auch bessere Auseinandersetzungen auf Twitter dazu gesehen. Und dazu kommt... Also es gab jetzt nicht... Also bei der ganzen Thematik, als es anfing, haben ja auch viele YouTuber drauf reagiert, wie zum Beispiel in Moise, in Chum Broke und so. Ich habe mir auch mal ein bisschen was dazu angeguckt. Und die waren relativ... Also relativ objektiv. Die waren echt nicht böse oder so. Also man muss wirklich sagen, bei der ganzen Thematik, da haben relativ viele sensibel reagiert, aber auf positive Art und Weise. Also noch für Tim sprechend. Und ja, also ich fand jetzt so die inhaltliche Thematik so nicht schlimm. Klar, auf Twitter gibt es immer welche, die ja natürlich Hatsch und Hass schüren wollen. Das ist immer so. Aber das war auch ohne die Thematik so. Und ja, also ich muss auch sagen, es ging eher so in die positive Richtung. Das ist kurz meine persönliche Meinung. Natürlich finde ich häusliche Gewalt unfassbar kacke. Und auch die Jokes, die nach so einer vermeintlichen Tat kamen, fand ich extremst unterste Schublade. Da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich absolut kein Fan von. Aber was ich sagen muss, dass ich eigentlich diese ganze Aktion, also dass er sich jetzt öffentlich einmal dazu geäußert hat, und gesagt hat, ey, das ist wirklich so passiert, fand ich einen Schritt in die richtige Richtung. Darüber habe ich mich gefreut, dass dieser Schritt kam. Aber natürlich alles andere fand ich natürlich kacke. Das öffentlich machen, dass man so eine Tat wirklich begangen hat, macht die Tat zwar jetzt nicht harmloser oder so was, aber ich kann mir vorstellen, dass vor allem Opfer von häuslicher Gewalt dadurch nochmal gesehen haben, ey, das macht schon Sinn, wenn ich damit in die Öffentlichkeit gehe, wenn ich es öffentlich mache, dass ich häusliche Gewalt erfahren habe. Weil in so unfassbar vielen Fällen wird dem Opfer leider einfach nicht geglaubt. Was auch zum Beispiel... Und dann diese Auflösung, dieses Pranks, ist halt einfach ein Tritt ins Gesicht. Das ist wirklich ein Tritt ins Gesicht für jeden, der da wirklich nochmal retraumatisiert wurde und auch nochmal darüber nachgedacht hat, ja, was habe ich erfahren. Und das ist hart. Also ohne Scheiß, das ist wirklich hart. Also, ich glaube, das können nur die nachempfinden, die wahrscheinlich selber schon mal häusliche Gewalt erfahren haben. Und manche, die hatten da so beleidigt, ja, labern keine Scheiße, einfach, labern nicht. Aber viele können es einfach nicht beurteilen, ja, und einige können es natürlich dann beurteilen, weil die es selber schon mal mitbekommen haben. Spiel Anni in ihrem Tweet schrieb, das Einzige, was ich mir als Opfer häusliche Gewalt jemals gewünscht habe, dass der Täter sagt, ja, ich weiß und es tut mir leid. Und es ist unfair, dass den nie jemand geglaubt hat. Ich war lange Zeit in Therapie, um zu akzeptieren, dass sowas niemals passieren wird. Als ich jetzt mitbekommen habe, dass ein vermeintlicher Täter seine Taten zugegeben hat, sich entschuldigt hat und dabei sogar weinen musste, hat das einiges in mir bewegt. Aber dann kam das Follow-up-Video, in dem klar wurde, dass dieses angebliche Geständnis bloß gestellt war, um damit jemanden eins auszuwischen, um einen Hater eine Falle zu stellen. Wow. Das ist das Respektloseste, was ich jemals gehört habe. Und zum ersten Mal bin ich wirklich getroffen und traurig über die unverantwortliche und gewissenlose Handlungen eines Influencers. Und als ich persönlich dieses Follow-up-Video gesehen habe und gemerkt habe, dass das Ganze nur gestellt war, habe ich mich unfassbar verarscht gefühlt. Man muss natürlich auch sagen, dass KuchenTV sich in seinem neuesten Video auch schon mehrfach entschuldigt hat. Das muss man auf jeden Fall ja auch erwähnen. Dennoch ist das Ganze einfach ein No-Go. Ich hatte sogar mal erst... Ich hatte aber trotzdem das letzte Video. Ganz am Anfang dachte ich, das wird vieles abschwächen und wiedergutmachen für ihn. Dann habe ich das zweite Mal das Video angeguckt und dachte ich, Alter, jetzt hat er sich gerade ein richtiges Eigentor geschossen. Weil das Problem ist, klar, einige Zuschauer... Nein, das Standbild übrigens. Einige Zuschauer denken so, ja, er hat dann noch so Superman Dennis kritisiert, er hat andere YouTuber noch kritisiert und ich dachte so, das wird jetzt einiges abschwächen und viele Zuschauer werden dann sagen, ja, die Tat ist ja gar nicht so krass, wenn die anderen YouTuber so viel Scheiße bauen. Ich denke mir aber nur so, er hat halt mit diesem Video die Kritik nicht auf sich gelenkt oder sich eher als Opfer darstellen lassen und dann die Kritik lieber auf andere gerichtet, die Videos dazu gemacht haben. Wo ich mir so denke, ey, bei einem Entschuldigungsvideo, wo du das auflöst und du entschuldigst dich und du sagst, es tut dir leid, dann sollte auch nur drin vorkommen, dass es dir leid tut und nicht, ey, du hast ein Video dazu gemacht, das finde ich nicht okay. Ey, du hast das Opfer gezeigt in einem Video, das finde ich nicht okay. Ich meine, man selber war doch der Auslöser dafür, dass jetzt Videos entstanden sind und das ist halt, ja, keine Ahnung so. Deswegen, das Video ist echt ein großes Eigentor. Ist einfach so. Ich meine, das weiß ja auch selber, dass es ein Eigentor war, aber das ist, ja, nicht ohne gewesen. ...würklich auch drinstehen, dass es die Theorie gibt, dass das Ganze gestellt ist. Ich habe dazu original das hier geschrieben, das glaube ich aber nicht, weil I mean, what the fuck wäre das für ein Troll? Ich habe meine Vorhine verprügelt. Hahaha, doch nicht, lol, Joke. Das ist die Theorie, dass es alles ein riesiger Troll ist. Das Video von Vincent von TikTok mit in die Quellen nehmen, das glaube ich aber nicht. Weil I mean, what the fuck wäre das für ein Troll? Nee, das wäre dumm. Das habe ich original am Dienstag geschrieben. Also ich habe diese Theorie gelesen, aber ich dachte wirklich, nee, Digga, so dumm kann ja niemand sein. Das würde ja niemals jemand auf dieser Welt tun. Und jetzt zu sehen, dass mit so einem sensiblen und großen Thema so fahrlässig und respektlos umgegangen wird, hat mich auch wütend gemacht, vor allem mit der Begründung, um irgendwelchen Hatern das auszuwischen. I mean, also, what the fuck? Dazu möchte ich noch eine weitere Aktion von KuchenTV in seinem neuesten Video kritisieren. Welche auch schon meine werte Kollegin Alicia Joe angemerkt hat. Und zwar bedankt sich Tim, dass seine Community nach dem ersten Video immer noch so hinter ihm stand. Meine Community steht tatsächlich war der schlechteste Abschluss, den ich je gesehen habe. Bei der Thematik hätte man keinen dümmeren Abschluss finden können in dem Video. Immer noch mega hinter mir. Und dafür auch wirklich einfach mal dicken Respekt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Also, wenn man sich das Skript schreibt, dann muss man doch dann merken, ey, du sagst gerade dicken Respekt, dass ihr am Start seid und dass ihr mir immer noch hinter, dass ihr immer noch hinter mir steht und sowas nach der Aktion. Und ich denke mir aber eigentlich so, wäre es nicht eigentlich besser, wenn die Leute dich kritisieren würden? Das ist ja genau so, diese blinde Loyalität, die er bei ABK kritisiert, macht er im Prinzip selber und feiert das bei seiner Community. Muss ich auch sagen. Also, ich meine, da hätte man sagen können, ey, was ich nicht ganz verstehe ist, warum habt ihr, warum seid ihr da nicht kritisch dazu? Ich mache immer Kritikvideos, im Prinzip solltet ihr natürlich auch deine eigene Meinung euch bilden und nicht nur das supporten, was einem gesagt wird. Aber ich meine, jetzt in seinem Fall ist das wieder okay. Weiß es nicht. Also, ich finde schon, man sollte auch als Zuschauer einfach mal ein bisschen objektiv oder vielleicht auch mal ein bisschen schlauer denken und nicht nur, ey, das ist mein Lieblings-Youtuber, supporten, supporten, supporten. Ich möchte das auch nicht bei meiner Community. Ich bitte euch da auch, wenn euch etwas nicht gefällt, sei es in Livestreams, sei es in Videos oder sonst irgendwas, übt Kritik. Ihr müsst, also, hatet nicht, beleidigt nicht. Ja, das ist genau das Gegenteil, was man dann erreicht. Aber einfach sachliche Kritik schreiben, was man vielleicht nicht so cool findet oder wo man sagt, ey, da würde ich vielleicht was anderes machen. So, sowas ist völlig in Ordnung. Jetzt nicht haten, aber keine blinde Loyalität, wo du dann sagst, ey, ja, 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 du bist, du bist ein Ehrenmann, ja, 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 egal, was du gemacht hast. Das ist drei Jahre her, du bist ein Ehrenmann. Ja, aber drei Jahre, es ist halt nicht drei Jahre her. Die Tat damals ist drei Jahre her, dass, äh, dass Gina als Lügnerin dasteht, seit drei Jahren, das ist auch noch bis heute aktuell. Deswegen, keine Ahnung, man, ja, das, das, das ist halt, das ist halt das Schockierende, sag ich mal. Das ist noch schlimmer als die Tat an sich. Ich habe erstens gefragt, ob man das überhaupt so will, weil, I mean, wenn ich meinen Freunden erzählen würde, yo, ich habe meine Freunde verpugelt und die dann sagen würde, ja, Digga, kein Problem, Digga, ich stehe trotzdem hinter dir, dann würde ich mir sehr Gedanken um meine Freunde machen tatsächlich, weil, naja, ich würde halt erwarten, dass sie mich aufs Schärfsten kritisieren dafür und ich wüsste auch, dass einige von meinen Freunden dann auf jeden Fall nicht mehr mit mir chillen würden, so verständlicherweise. Aber was ich vor allem sehr, sehr bedenklich finde, sind die Kommentare, die teils aus seiner Community kamen, nachdem KuchenTV seine vermeintliche Tat zugegeben hat. Also es gab halt Kommentare wie diese, ich verstehe den Trubel nicht, du hast eine Frau geschlagen, ist nicht schön, aber hast wahrscheinlich deinen Grund gehabt. Passiert manchmal. What the fuck? Ich glaube, in der Situation hätte jeder so reagiert. Ja, meinst du, also es kann nur um einen Troll, es kann sich nur um einen Troll handeln, also so dumm kann ein Mensch nicht sein. Es geht nicht. In der Situation hätte ich erstens mit ihr komplett den Kontakt abgebrochen, plus wenn sie bei dir einfach nicht abhaut, hätte ich sie in die Richtung der Tür geprügelt, bis sie keine andere Wahl mehr hat, als zu gehen. What the fuck? Und nein, ich muss euch leider enttäuschen, solche Kommentare gab es wirklich zu hundertfach. Ja, Dabuin, das weiß ich noch, Dabuin hat, ähm, Dabuin, der hat am Anfang Tim noch supportet, und hat noch so, weil der, der war so Jobkommentar bei Tims ersten Video, hat gesagt, ey, gut, dass du dich da gestellt hast, dass du ehrlich warst. Ähm, ist eine Scheißaktion gewesen, aber ich find's gut, dass du jetzt ehrlich warst. Und dann, nach dem, nach diesem Video, nach diesem Auflös-Video, äh, dass es ein Prank war, hat sich Dabuin von ihm jetzt distanziert und, äh, ähm, guckt auch nicht mehr die Videos von Tim tatsächlich, weil er sich so verarscht fühlt. Also, das Ding ist halt, er hat sich damit halt die Leute, die noch hinter ihm standen, nach den ersten zwei Videos, hat er sich mit dem dritten Video auch noch verkrault, sozusagen, beziehungsweise, ähm, das Vertrauen komplett gebrochen, ne. Das ist halt, das ist halt nochmal diese andere, äh, One-Head, Two-Head-Move, ja. Ich hab die jetzt halt nicht alle gescreenshottet, weil, lol, ich hab auch Besseres zu tun am Tag, aber, what the fuck? Also, ich war wirklich fassungslos, als ich diese Kommentare gesehen habe. Und es tut mir leid, KuchenTV, auch das ist leider ein Teil deiner Community. Jetzt bleibt natürlich am Ende noch die Frage. aber hast du wahrscheinlich in jeder Community, das würde ich jetzt hier nicht, äh, äh, Tim zuschreiben, ja. Ist nun mal so, ja, es gibt, es gibt überall immer irgendwelche Leute, die irgendwas befürworten, was, was sehr, sehr schrecklich ist. Und, äh, denke ich, ein TJ hat auch Leute in der Community, die auch, äh, in der Hinsicht, allem nachrennen und sowas. Ich denke, das, das ist kein Kritikpunkt, ja. Frage, hat KuchenTV Gina wirklich geschlagen? Hat Gina gelogen? Was ist überhaupt wirklich passiert? Und, diese Frage wird uns leider nicht wirklich beantwortet. Zum Schluss natürlich noch die Frage, was ist jetzt eigentlich wirklich zwischen mir und Gina in dieser Nacht passiert? Naja, wir werden öffentlich dazu einfach nichts mehr sagen. Aber vielleicht wird, damit, damit outet sich's ja schon wieder gefühlt. Unfreiwillig, diese Frage in Zukunft von KuchenTV doch noch beantwortet werden müssen. Denn laut Christian Solmecke, kann es sein, dass, obwohl Gina ihn nicht angezeigt hat, das Ganze noch vor Gericht landen könnte, weil das ganze Thema jetzt vom öffentlichen Interesse ist. Ob überhaupt ein Staatsanwalt hier noch Ermittlungen aufnimmt, muss man schauen. Ich hab letztes Mal gesagt, er muss das fast tun, weil die Sache so öffentlich geworden ist. Dazu merkt man bei Solmecke auch sehr stark, dass er KuchenTV... Also sehr, sehr krass auf jeden Fall. Und es gibt auch Leute, die haben ihn angezeigt, beziehungsweise haben die der Staatsanwaltschaft Bescheid gegeben. Da wurden mir Screenshots gesendet und so. Keine Ahnung, wie es da weitergeht, man. Ja, also ich hab da auch ja keinen Einfluss. Ja, ich kann dir jetzt auch schlecht irgendwas sagen. Man kann es jetzt auch nur angucken und fertig ist. Also für mich ist das... Ich hab da gar keinen Einfluss drauf. Ich find's auf jeden Fall krass, weil das jetzt wirklich diese Öffentlichkeit bekommen hat und dadurch wird's halt wieder relevant. Sein neuestes Statement nicht so wirklich abkauft. Also wir haben die Situation, dass Tim zwei verschiedene Dinge behauptet. Eine davon ist wahr, eine ist nicht wahr. Man weiß ja gar nicht mehr, was man glauben soll. Wahrscheinlich waren die... Vielleicht waren die auch gefakt. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was man da glauben soll. Und dann macht Christian Solmecke etwas sehr, sehr Interessantes. Er schildert, wie ein Gericht mit der aktuellen Beweislage an die ganze Situation jetzt rangehen würde. Denn nur weil Tim sein Schuldeingeständnis widerrufen hat, heißt es nicht unbedingt, dass sein Schuldeingeständnis nicht mehr gilt. Und anders als vielleicht der eine oder andere, das von euch meint, kann ein Geständnis nicht so einfach widerrufen werden. Denn mittelbar hat auch ein widerrufendes Geständnis Einfluss auf den Ausgang einer Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung. Und Christian Solmecke fängt erstmal mit Argumenten für KuchenTV an. Also, dass er Gina halt nicht geschlagen hat. Dazu wäre vor allem der größte Beweis, dass wenn es eine WhatsApp geben würde, wo er halt im Vorfeld sagt, jo, ich drehe jetzt gleich ein Video, wo ich halt heule und halt zugebe, dass ich Gina damals geschlagen habe. Und man halt auch eben sehen könnte, dass diese WhatsApp wirklich echt ist. Für Tim spricht da, also eigentlich nur eine richtige Sache. Insbesondere das Sprachmemo, das wir am Anfang gesehen haben, in dem er wohl einem Freund seinen Plan erklärt. Also soll diese Memo real sein, dann bin ich auch der Meinung, dass es ja von vornherein halt ein Fake war, ein Prank war und sowas. Das würde halt wirklich dafür sprechen. Ansonsten gibt es halt nicht viel, ne? Weil du kannst dich dann halt wirklich nur an diesem Strohhalm sozusagen klammern. Schwierig. Und das Ding ist halt, selbst wenn diese Sprachnachricht aufgenommen wurde, nachdem das alles gemacht wurde oder nachdem das veröffentlicht wurde, dann ist es auch schwierig, weil dann kann man es ja so sehen, ey, er wurde jetzt kritisiert, er wurde gehatet, jetzt möchte er schnell zurückholen und hat dann die Sprachnachricht aufgenommen. Aber ich glaube, die Sprachnachricht wurde 1.09 Uhr aufgenommen. Ich glaube, das Video weiß ich gar nicht mehr, wurde irgendwie gesagt, das kam so gegen 2 Uhr online. Also dann wäre es noch möglich. ...KuchenTV, was eben alles dafür spricht, dass er wirklich damals Gewalt angewendet hat und Gina wirklich geschlagen hat. Was spricht hier gegen Tim? Gegen Tim, dass alles nur Fake ist und Tim tatsächlich Gewalt gegenüber Gina angewandt hat, spricht auch einiges. Es spricht ja auch schon dafür, dass Tim sich nicht einmal dazu äußert, dass das passiert ist. Also er leugnet es auch nicht, dass es nicht passiert ist. Er leugnet es nicht, dass es passiert ist? Ja, er leugnet es nicht, dass es passiert ist, weil, ja, also man sieht ja in den ganzen Statements, sagt er nicht einmal, ich habe sie nicht geschlagen. Ja. Vielmehr sieht man eher, dass Gina geschrieben hat und gesagt hat, ey, das kam zu einem einmaligen, oder es war ein einmaliger Vorfall und das hat passiert und so, aber ich habe meinen Frieden damit gefunden. Also es spricht halt viel, viel mehr dafür, dass das halt passiert ist. Deswegen ist natürlich von der Öffentlichkeit her, denkt halt jetzt jeder, ey, Tim ist ein Lügner, Tim ist jemand, der eine Frau geschlagen hat und Gina als Lügnerin dastehen lassen hat für drei Jahre. Das sind jetzt drei Sachen, die sehr, sehr schwerwiegend sind, weshalb viele einen großen Vertrauensbruch bei Tim sehen. Und wie gesagt, so ich kann Zuschauer verstehen, die das wirklich sehr verurteilen und kritisieren, auch wenn sie es im Prinzip nicht ansprechen sollte, aber das Thema ist halt so, ja, so krass und so hart, dass natürlich sich da viel angegriffen fühlen und ihn jetzt vielleicht auch meiden wollen. Ja. Weil ihr euch jetzt einfach mal ganz kurz siegt. Wie gesagt, ich cancel ihn nicht. Ich bin Tim dankbar, dass er wirklich auch mir geholfen hat, ja, also indem er auf meine Sachen reacted hat. Klar, es war eine Win-Win-Situation, er reagiert auf meine Videos und bekommt damit Geld. Ich bekomme damit Aufmerksamkeit. Ich bin ihm da dankbar, ja, ich möchte hier wirklich gar nicht undankbar sein, indem ich ihn hier kritisiere. Meine Katze hat irgendwas in der Schnauze, die hat irgendwas gefressen. Also es ist irgendwie ein Blatt Papier oder so. Keine Ahnung, wo die schon wieder drin war. Aber, ja, bei der Sache kann ich da ihn nicht supporten. Und so aus der Scheiße muss er sich selber rauswinden, weil das ist halt zu verwerflich, das ganze Thema, um da was Positives zu sagen. Also da müsst ihr mich auch verstehen. Kernaussagen von Solmecke, was also alles gegen KuchenTV sprechen würde, hier einmal in Videoform aneinander. Ich finde die Erklärung, warum er Samstag noch ein zweites Statement-Video zu seinem Geständnis veröffentlicht hat, überhaupt nicht überzeugend. Warum musste das sein, wenn man doch die Verarsche schon mit dem ersten Video gemacht hat? Also er meinte ja, er wollte da Gina aus der Schussbahn nehmen, womit er sich halt noch mehr ans Fahrtenkreuz nimmt. Aber dann sagt er, das Ganze war ein Prank und keiner von uns hat irgendwas gemacht oder so, beziehungsweise das Ganze wird nicht aufgelöst. Ganz komische Situation. Er sagt schließlich, dass seine Heul-Video fake war. Er geht gar nicht auf dieses zweite ein, dass das fake ist. Er sagt nicht, dass er Gina nicht geschlagen hat. Also das sagt er jetzt auch nicht. Er sagt, die Videos waren alle fake, aber nicht, dass er sie nicht geschlagen hat. Im Gegenteil, er sagt sogar, die Sachen sind jetzt für uns abgeschlossen. Welche Sachen denn dann, wenn gar nichts war? Außerdem kommen dann ja noch die Aussagen von Gina hinzu. Die hat er schon vor drei Jahren berichtet, dass Tim sie geschlagen hat. Sie sagt, er hat mich im Bauch geboxt, leicht getroffen, dann aufs Bett gedrückt, er ist über sie her, hat mit den Füßen getreten, gegen Gesicht und Körper, an die Wand gedrückt, Kopf gegen die Wand, an Haaren gezogen, Boden geschmissen. Also sehr detaillierte Erzählungen ihrerseits. Und ihre neuen Äußerungen klingen jetzt auch nicht gerade dazu, als wenn sie eine Lüge eingestehen wollte. Sie sagt jetzt hier auf Insta, es ist nie wieder danach zu Handgreiflichkeiten gekommen. Auch so etwas würde jetzt ein Gericht mit rein in die Wertung nehmen und sagen, naja, das heißt, das eine Mal spricht halt vieles dafür, dass Tim das halt gemacht hat. Gab es dann ja auch. Ich möchte jetzt nicht den Richter spielen, ich bin kein Richter. Ich wollte euch aufzeigen, wie das im Gerichtsverfahren ablaufen würde. Also eigentlich könnte man laut Säuermerk auch einfach das hier sagen. Sehr für Tim spricht diese WhatsApp, sehr gegen ihn spricht, alles andere. Und jetzt würde mich ganz kurz interessieren, was ihr glaubt, was jetzt wahr ist, was fällt. Okay, also ich muss an der Stelle wirklich TJ loben. Tim, das ist ein sehr informatives Video. Er hat relativ viele Informationen, also wirklich viele, viele Informationen reingebracht. Und egal, was man so auch für Kritiken immer mal gegeneinander gemacht hat oder er hat immer mal auf mich reagiert und was dazu gesagt und ich habe ein, zwei Videos zu ihm gemacht beziehungsweise oder anderem zu ihm gemacht. das Video muss man einfach so anerkennen. Es ist ein gutes Video. Ihr kennt jetzt meine Meinung dazu. Ich stehe nicht dahinter, was Tim gemacht hat. Ich cancel Tim nicht, aber ich kritisiere ihn aufs Schärfstof jeden Fall, weil das ist eine Situation, die er bewusst herbeigerufen hat, was vorhersehbar war und was natürlich ein schlimmes Thema behandelt. Und auch nach Annie the Duck, jeder, der mit häuslicher Gewalt was zu tun hatte, wird jetzt hier wahrscheinlich denken, ey, wie kann ein YouTuber sowas machen? Ja, noch schlimmer als Michael Pablo, weil hier geht es halt wirklich um physische Gewalt auch und es geht gar nicht. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, also es ist eigentlich krank, weil man wirklich, das ist meine längste Reaction, fast 40 Minuten. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, schreibt gerne mal eine 187 in den Chat. Mal schauen, wie viele da am Start sind und jo man, also wirklich, Kuss geht raus, Dankeschön für den Support hier auf dem Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Yeah, nice.